So, ok, ok, ja, bam, doomsway it did, Episode 1, letztes Level, without mercy, daran wollen wir mal, so, das letzte Level ist immer the boss fight, oh ja, gerade mal 18 Gegner, dafür wahrscheinlich 18 starke Gegner, gut, wir verfahren wir die Map, wir sind also nicht so aufgeschmissen, wie wir sein könnten, wir wissen immerhin, wo wir immerhin müssen, wobei das in den Boss Map sowieso immer eigentlich erst kleinste Problem ist, oh Gott, schon wieder so noch Riesenräume hier, das lässt nicht gut vermuten, Oh Gott, das ist so scheiße dunkel, ich sehe gar nichts, hä? Äh, lol, ist das geil gemacht, haha, das ist ja nice, aha, Das ist geil, jetzt sehen wir zumindest schon mal, wo Gegner sind, wir sind also immer vorbereitet, na gut, Item 5 ist leider auch angezeigt, ist natürlich dann doch nicht so gut, gut, da oben ist auf jeden Fall was, ok, wir gucken jetzt mal die anderen Räume, Hier geht's rein, ich nehme mal ganz kurz, gut, Minigun habe ich noch gar nicht, Wo ist jetzt der Arzt weg hier? Da habe ich gerade einen Schalteraktivier, Boah, Alter, ich sehe gar nichts, Gott damn it, zurück gibt's in der Karte, Gut, ich habe einen Schalteraktivier, so wie auch immer, wir gehen mal hier hoch, Haben wir das schon? Das, nein, da waren wir noch nie nicht, Das ist aber ein Seedlet, Boah, äh, ja, das war dumm, Da hätte ich schnell rüberlaufen müssen, Oh, Alter, die Waldfee, Ich bin so aufgeregt, Leck mich doch, Gut, brauchen wir eh nicht, Aha, hier möchte ich noch eine Sicherheit bieten, Hier ist auch eine Tür, Gut, aber mehr gibt's jetzt hier bisher nicht, Wir haben nur diese beiden Türen, So, der Tür, äh, der Tür, Die Tür für die Tür sieht jetzt auch schon relativ gut aus, Dann öffne ich die erstmal, Einmal Rüstung, Hier gibt's schon wieder, ja, genau, hier gibt's schon wieder Items, Das ist jetzt sehr symmetrisch gebaut, Dann allerdings voll, Hier geht's nicht weiter, obwohl das für mal was ja so echt so aussieht, Wobei das echt bisschen sehr offensichtlich wäre, Wobei das echt bisschen sehr offensichtlich wäre, Und hier sind wir hier wieder, Okay, Gut, dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, Und hier ist es ja noch so, Einmal dem beißen zu Großen zu Ihnen im Ich bin nur gerade froh, dass die ersten paar Gegner erst mal so nicht die normalen Gegner sind. Wir haben bereits 10 von 18 besiegt. Gut, ich gehe mal in die andere Richtung. Oh, die Sauche. Oh. Oh, habe ich jetzt beides mit einmal geöffnet. Ja, danke schön. Das ist einfach so scheiße dunkel wie bei alt. Ich habe schon mal von Camp Pop auch. Ich sehe da schon so einen roten Stern hier, da. Oder Dreieck. Aber was auch immer dieser Scheiße da stehen soll. Ja, damit öffnet man das Ding wahrscheinlich. Alter, ich habe sowas von keine Lust. Also hier spawnen wahrscheinlich Gegner, da ist bei uns wahrscheinlich ein großer Gegner. Und da sind, ja, wir haben also drei Spawning-Stellen. Und da ich persönlich schon mal die Strategie habe, dass wenn ich das Ding öffne, also wenn ich, nein, genau, wenn ich das Ding hier da klicke, würde ich persönlich am liebsten den hier nach oben und den hier raus rennen. Aber weil das so eine offensivistische Strategie ist, schätze ich mal, dass diese Türen dabei gesperrt werden, weil ich den Knopfhörsen drücke. Deswegen werde ich erst mal rausgehen und nehme ich mal diesen Secret-Fad hier ab. Gut. Also nochmal, hier wollte ich den nach raus. Oh, ist bereit zu. Oh, scheiße. Oh Gott, ich glaube, wir haben verkackt. Ja, wir haben sowas von verkackt. Mein ganzes Leben muss zu Ende sein. Ich arme Schwein. Habe ich noch gespeichert davon? Wo habe ich gespeichert? Ich habe hier, ja, bestimmt schon zu. Ah, ich habe nicht. Sehr schön. Geil. Jawohl. Also ich sehe gar nichts. So, erstmal alles ungeguckt. Gut, ja. Ne, ne, ne. Ah, jetzt geht es alles in einmal auf. Oh, doch, doch nicht. Hä? Oh. Oh. Oha. 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 Stopp. Jawohl, ich mache es fort. Stopp, 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 bitte. Jawohl. Hä, was? Oh, oh, oh. 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 Das haben die sowas von der ersten Episode von Doom kopiert. Dankeschön. Danke, 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 danke. Ich glaube, ich werde ich auch brauchen. Ich gucke aber erst mal nach, was uns hier erwartet. Ja, das haben die 1 zu 1 kopiert. Und halt also, wenn ich da reingehe, werde ich runterdorben bis auf 1% und dann ist die Episode damit auch vorbei. Danke, stopp. Das ist so 1 zu 1 kopiert, dass das quasi schon klar war. Gut, das heißt für mich also, ich gehe nochmal hoch. Fuck. Das heißt für mich, also ich gehe nochmal hoch. Fuck. Gut, brauche ich aber gar nicht. Da war ja bloß noch dieser Blitz. Gut. Dann würde ich mal sagen, es ist natürlich genauso wie bei Ultimate Doom. Ich werde natürlich hier an der Stelle jetzt nicht enden, sondern ich werde mich selber in die Episode 2 teleportieren. Change Map Episode 2 2 Map 1. Ich hoffe, es ist richtig. Und damit sind wir in der Episode 2 und ich sage für dieses, für die erste Episode sozusagen, erstmal, also und natürlich jetzt für die Let's Play Aufnahme, ciao mit V. Ja, genau, ja, das ist richtig, das würde ich sagen, ciao mit V.